Ja, also ich werde heute Abend über eine buddhistische Praktik reden, eine wichtige buddhistische Praktik, die Horst so in dieser Situation eigentlich nicht so richtig anbieten kann, weil das ist auf Retreat gehen. Ich muss erst mal erzählen, was ein Retreat ist. Retreat bedeutet wortwörtlich Rückzug, also man zieht sich zurück für eine Weile, man zieht sich zurück aus dem Alltag, von der Familie weg, von allen Verpflichtungen weg, von der Arbeit weg, von unseren Gewohnheiten weg. Man geht einfach aus seinem normalen Leben raus, man schafft sich Raum, man schafft sich eine Distanz. Und das kann man für ein Wochenende machen, das kann man für eine Woche machen. Manche Leute machen es für ein Jahr oder für drei Jahre, da kenne ich auch Leute, die das machen. Also da gibt es eine große Bandbreite auch. Ich glaube am Wochenende ist eigentlich minimal, um mal auf Retreat zu gehen, ist am Wochenende das Minimum, um mal wirklich so ein bisschen Raum zu spüren, ein bisschen Distanz zu spüren, ein bisschen rauszukommen. Und man, ja, man geht noch wirklich weg, also aus einer normalen Situation raus, man geht irgendwo anders hin, ja. Am liebsten ein bisschen weiter entfernt, dass man wirklich das Gefühl hat, weg zu sein. Und das ist dann ein Ort, wo man hingeht, wo man dann auch nicht zwischendurch nochmal nach Hause geht, ja. Dass man sagt, okay, ich bin hier eine Woche, aber nach zwei Tagen muss ich mal zurück, um meinen Hund zu streicheln und ein bisschen zu essen zu gehen. Nein, man ist einfach da und man schläft da und man hat seine Mahlzeiten da. Also kontinuierlich ist man an diesem Ort, wo man dann einen Retreat macht. Ja, und das machen wir dann in einem Retreat-Zentrum, ja. Ein Ort, was eigentlich dafür bestimmt ist, solche Sachen zu machen, so einen Retreat zu machen. Das kann auch mit einer kleinen Gruppe sein. Bei uns im Haus machen wir auch mal Retreats mit fünf Leuten, aber kann auch mit einer großen Gruppe sein. Unsere Maximumkapazität ist 30, da zwischen 30 und 40, also mal so sagen. Aber es gibt auch in Trier-Aqna-Retreats, wo hunderte Leute daran teilnehmen. In Indien gibt es Retreats, da sind 500 Teilnehmer auch nicht ungewöhnlich. Also es ist auch diese Bandbreite da. Wichtig ist, dass ein Retreat-Haus, wenn man auf Retreat geht, dass es nicht allzu nah ist an zu Hause. Weil dann kommt man geistig nicht von zu Hause weg. Ich habe selbst mal ein Einzelklaut gemacht, an einem Retreat alleine, nur für mich, nur 15 Kilometer entfernt von zu Hause. Das war ein Fehler. Ich war nicht weg genug. Ich war immer doch Gedanken an meine Arbeit und dies und das. Also man muss schon ein bisschen weiter weggehen. Der Ort, wo man eine Retreat-Stadt findet, muss auch ein ruhiger Ort sein. Wo man kein Verkehr hat, wo man nicht viele Menschen rumlaufen. Wo man einfach auch ein bisschen abgelegen von der Welt ist. Von aller Betriebsamkeit und aller Business von heutigen Tagen. Es muss auch ein Ort sein, die mitten in der Natur ist. Weil Natur ist immer beruhigend. Natur ist immer inspirierend. Und ja, die Stadt zum Beispiel. In der Stadt ein Retreat zu machen ist schwierig. Weil da ist mitten zwischen all diesen Gebäuden und Menschen, die mit etwas anders beschäftigt sein. Man muss aus die Stadt raus, in die Natur rein. Von Bäumen umgeben, von Wiesen und Feldern umgeben. Kühne dürfen da sein. Aber nicht mehr, nicht viel mehr als das. Es muss eine einfache Umgebung sein. Ein Retreat-Haus ist einfach ausgestattet. Da ist nicht viel Schnickschnack da. Es ist einfach das, was man braucht. Aber kein Luxus und kein Zeug, was nur sozusagen unsere Wahrnehmungen ablenkt. Es ist nicht nichts Ablenkendes. Und es muss auch eine ästhetische, eine ästhetisch schöne Umgebung sein. Etwas, wo, wenn man da ist, dass man automatisch schon in eine bessere Geistesverfassung kommt. Das ist eigentlich, wie die Umgebung von einem Retreat-Zentrum sein soll. Man geht da hin und automatisch fühlt man sich schon anders. Da ist man schon in eine bessere, offenere Geistesverfassung. Und so bestimmte Sachen sollen auch überhaupt nicht da sein. Keine Zeitung, keine Zeitschriften, kein Radio, kein Fernsehen, kein Handys, kein Telefon, kein Computer, kein Internet. All diese Sachen, die uns normalerweise so beschäftigen, die uns normalerweise so ablenken, die uns normalerweise so durcheinander bringen eigentlich. Und dass wir ständig von allen möglichen Sachen absorbiert sind und wo es schwierig ist, zur Ruhe zu kommen, die sollen alle weg sein. Also wenn man auf Retreat geht, dann soll man all diese Sachen zu Hause lassen, nicht mitnehmen. Es sei denn, dass man wirklich einen absolut guten Grund hat, dass es passiert, dass jemand sagt, meine Mutter ist ernsthaft krank, wenn da was passiert, muss ich angerufen werden können. Dann kann man vielleicht mal sagen, sonst all das, all dieses Zeug, all diese Elektronika, die unseren Geist so unruhig macht, soll nicht da sein. Ja, also das zu Ort, zum Retreatzentrum, ein Ort, der schön ist, der mit in der Natur ist, abgelegen, ruhig, wo man wirklich auch zur Ruhe kommen kann, wo all dieses Zeug, das uns normalerweise so beschäftigt, einfach nicht da ist. Und dann hat man ein Programm, man hat ein Programm mit Meditation, mit Gesprächen, vielleicht mit Vorträgen, mit Freizeit, dass man auch mal in die Natur reingehen kann, spazieren gehen kann. Und dieses Programm bietet auch eine Struktur, ja, und das ist auch jufreich, einfach eine Struktur zu haben, wo man drin ist, wo man mit anderen Menschen zusammen auch dann zusammen meditiert und Gespräche hat, zusammen mit Mahlzeiten hat, ja, also ein gemeinsames Leben hat. Und was da auch dazu gehört, ist, dass wir, jedenfalls in unserem Retreatzentrum, ist auch funktioniert auch Parts von Selbstversorgung. Also, wir kochen untereinander, wir bereiten die Mahlzeiten vor, wir spülen untereinander, also man macht die Aufgaben gemeinsam. Das ist nicht so wie ein Hotel, ja, ein Hotel, da wird alles für uns versorgt. Nein, am Retreat machen wir das gemeinsam, das ist Teil vom Retreatleben, gemeinsam Sachen zu tun, die Arbeiten auch, die gemacht werden müssen. So, das ist ein bisschen zu den Bedingungen, wo man ein Retreat macht. Ich werde später darauf zurückkommen, warum ein Retreat wichtig ist, ja, in welcher Hinsicht es hilft, in welcher Hinsicht es hilfreich ist. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen autobiografisches machen, ein bisschen erzählen, warum Retreats für mich sehr zentral sind in meinem Leben, Retreats für mich sehr zentral sind in meinem Leben. Ich habe diese Triradna-Bewegung über Retreats kennengelernt, ja. Vor jetzt 32 Jahren, als ich noch in Holland lebte, habe ich jemandem begegnet, der hatte einen Wochenendretreat bei Triradna gemacht. Damals, sie sind ja noch die Freunde des westlichen buddhistischen Ordens. Gott sei Dank ist sie sehr Triradna, das ist viel leichter auszusprechen, nicht so lang. Aber damals habe ich dann jemanden kennengelernt, der hatte so einen Wochenende gemacht und mich darüber erzählt. Und obwohl ich damals nichts mit Buddhismus zu tun hatte, nichts zu tun haben wollte, hat mich Meditation fasziniert. Und diese Person, die ich dann kennengelernt habe, hat mich auch irgendwie beeindruckt, denn die hatte was. Und dann dachte ich, ja, das ist interessant, vielleicht hat das mit Meditation zu tun. Und dann habe ich selbst auch mal so ein Wochenende versucht, mal ausprobiert, was das denn ist, zu meditieren. Bin dann zu so einem Triradna-Wochenende gegangen und Meditation fand ich gut, Buddhismus fand ich erstmal schrecklich. Ich hatte große Vorurteile, wollte eigentlich nichts damit zu tun haben. Hat sich geändert über die Jahre, ja. Aber das war so erstmal meine Skepsis. Ja, ich dachte auch, ja, Triradna oder damals FWBO, das ist eine Sekte. Und weiter ist man erstmal sehr, sehr skeptisch. Aber über die Zeit habe ich dann gemerkt, dass das Vorurteile war und dass das, was wirklich da war, auch eine gute Sache war. Aber jedenfalls, mein Punkt ist eigentlich, meine erste Erfahrung von Triradna war Teilnahme an Retrits. Weil es gab auch nichts anderes in Holland. In Holland gab es kein Zentrum, wo man hingehen konnte. Es gab nur jemand, der zweimal pro Jahr ein Wochenendretret organisiert hat. Und dann kamen dann ordentlich Angehörige aus England und die haben das geleitet. Und das war meine Erfahrung von Triradna in den ersten paar Jahren. Bin dann auch mal nach Deutschland gegangen, um Retrits mitzumachen. Bin dann nach England gegangen, um Retrits mitzumachen. Aber für eine längere Zeit war nur Retrits war meine Erfahrung von Meditation. Und die haben mich sehr viel gebracht. Ich habe dann irgendwann auch angefangen, selbst zu Hause zu meditieren. Aber immer auf Retrits zu gehen, war sozusagen die Erfahrung, wo ich dann wirklich gemerkt habe, ah, darum geht es. Da war die Vertiefung da, da war, ich kam dann aus meiner eigenen Umgebung raus, aus meiner Arbeit. Und ich war dann in dieser Situation und habe diese Gemeinschaft da kennengelernt. Und gemerkt, dass man anders miteinander umgehen kann, als was ich in meiner Arbeit zum Beispiel erlebt habe. Und gemerkt, dass da Menschen sind mit anderen Interessen, mit anderen Vorstellungen, wie das Leben ist. Und gemerkt, ah, da sind Menschen, die sich auch so denken wie ich. Und ich habe da eine Verbundenheit gespürt, die man dann auch mehr und mehr in Kontakt mit dem Lehrer des Buddha gebracht hat. Weil ich immer mehr erkannt habe, dass der Buddha etwas entdeckt hatte, etwas gefunden hatte, was für mich auch relevant war. Aber es war wirklich auf Retrits zu gehen, war meine Praxis für Jahre. Und irgendwann hat das dazu geführt, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt möchte ich diese Bewegung mal besser kennenlernen. Und dann bin ich nach England gegangen, weil in Holland gab es eigentlich fast nichts. Und in England habe ich dann in der Wohngemeinschaft gewohnt von Trierat. Ich habe da einen unternehmenrechten Lebenserwerbs gearbeitet und da dann noch viele andere Seiten kennengelernt von, wie man so praktizieren kann. Und dann interessanterweise kam ich dann doch wieder zurück zu Retrits, weil als ich da war, hat das Stadtzentrum, wo ich war, hat ein Retritszentrum gekauft. Oder ein Haus gekauft, was ein Retritszentrum werden sollte. Und ich bin da mit einem Team von drei anderen Leuten hingegangen, um das Haus zu renovieren. Das war meine erste große Renoverungsarbeit. Also da habe ich auch wieder die Verbindung mit Retritszentrum gemacht. Also emotional habe ich eine starke Verbindung mit Retritszentrum. Und ich habe auch immer ein sehr starkes Gefühl dafür gehabt, wie wichtig die Praxis von auch Retrits gehen ist. Aus der eigenen Erfahrung. Und auch, weil ich immer wieder gesehen habe, wir haben erst das Haus renoviert und dann habe ich mit den Freunden das Haus auch geleitet. Habe mir da Retrits geleitet. Und ich habe immer wieder gesehen, wie Leute da hingekommen sind, am Anfang vom Wochenende, erst mal ganz belastet von ihrem Alltag, von ihrem Leben, von ihrer Arbeit. Und dann innerhalb von einem Wochenende total aufblühen, total sich öffnen können und nach einem Wochenende völlig anders aussehen. Und das war mir total inspiriert. Zu sehen, was nur in einem Wochenende da passieren kann. Ja, wenn man Leute nach einer Woche sieht, nach einem Wochenretritt, das kann eine totale Änderung sein, wo Leute da durchgehen. Also, ja, in meiner eigenen Vergangenheit, in meinem Weg, Buddhist zu werden, war eigentlich Retrits und Retritszentrum immer sehr zentral. Was hat sich dann weitergeführt, als ich aus England zurückgekommen bin? Erstmal war ich zurück in Holland, habe ich da zwei Jahre buddhistische Aktivitäten aufgebaut. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen, nach Essen, was das Stadtzentrum ist. Aber Essen hatte auch schon, als ich nach Deutschland kam, ein Retritszentrum in Bad Berdeburg in Saugeland. Das hieß Kyhude. Und diesen Ort habe ich dann auch sehr schnell kennengelernt und total geliebt. War für mich dann auch ein sehr, sehr wichtiger Ort. Dann bin ich immer wieder sehr gerne auf Retrits gegangen. Und dann, vor zwölf Jahren, haben wir dann den Schritt gemacht, ein eigenes Retritszentrum haben zu wollen. Dann haben wir das Kyhude war gemietet. Und wir haben dann das Haus in Saugeland gefunden, wo ich jetzt lebe. Das war in 2000. Und die letzten zwölf Jahre habe ich damit gebracht, das Haus zu renovieren und auszubauen. Und von einem Naturfreundehaus, das war es, eigentlich zu transformieren in ein Retriathaus. Und die Änderungen, die über die zwölf Jahre da sichtbar geworden sind, sind nicht nur Änderungen, sozusagen, dadurch, dass Räume renoviert worden sind, dass das Grundstück da neu strukturiert ist. Und wir haben da auch sogar eine buddhistische Stupa da. Aber das, was viel wichtiger ist, da hat sich über diese zwölf Jahre eine sehr, sehr starke Atmosphäre aufgebaut. Eine sehr, sehr starke meditative Atmosphäre. Und wenn Leute da hinkommen, dann sagen die, hey, was ist hier denn los? Man spürt, da ist was Besonderes. Man spürt, dass da über zwölf Jahre von ständigen Retrits, weil Leute praktiziert haben, dass da eine starke Atmosphäre entstanden ist. Und dass man eigentlich nur sich öffnen muss zu dieser Atmosphäre, um schon in eine völlig andere Geistesverfassung zu kommen. Und schon aus seinem Alltag herausgehoben zu werden. Und das ist eigentlich auch, was meine Vision immer gewesen ist für dieses Haus. Dass es ein Ort ist, wo Leute hinkommen können und dann wirklich sehr schnell auf eine tiefere Ebene von ihrer eigenen Praxis kommen können. Ja, und jetzt komme ich dann damit auch dazu, zu sagen, was ein Retreat bringen kann. Ja, also erstmal ganz einfach, ein Retreat ist eine wunderbare Aardpause zu machen. Es ist viel besser als Urlaub. Urlaub ist manchmal sehr, sehr anstrengend. Und man kommt müde zurück. Von einem Retreat kommt man vielleicht noch müde zurück, weil man sich aber auch mit sehr viel Energie. Ja, und eine Energie dann noch sehr lange anhalten kann. Ja, man kommt zurück nach Hause mit einer großen Vitalität, mit neuen Inspirationen, mit neuen Lebendigkeit. Ja, das kann man von Urlaub nicht immer sagen. Also das auf der Basisebene ist ein Retreat erstmal eine sehr, sehr effektive Pause. Dann ist ein Retreat eine große Chance. Eine Chance, um die eigene Meditationspraktik zu vertiefen, wenn man es schon eine hat. Oder wenn man noch keine regelmäßige Praxis hat, eine regelmäßige Praxis anzufangen und aufzubauen. Ja, von sehr vielen Leuten höre ich, die meditieren vielleicht einmal in der Woche oder zweimal in der Woche und sagen, ja, ich finde das doch schwierig, das wirklich im Gang zu halten und es fällt so leicht weg. Wir machen dann ein Wochenende bei uns und nachher sagen sie, ja, jetzt habe ich jetzt wirklich den Zugang gefunden. Ich werde jetzt jeden Tag meditieren. Und die machen das jetzt auch. Vielleicht zwei Monate, vielleicht ein Jahr. Vielleicht fällt es dann auch irgendwann auch mal wieder weg. Aber man kommt wieder aufgetriegt und dann läuft es wieder. Also ein Retreat ist auch so wirklich eine gute Stimulanz, um eine regelmäßige Praxis aufzubauen und zu vertiefen. Und darin auch eine ganze Menge Inspiration zu gewinnen. Nicht nur Inspiration, was Meditation betrifft, auch Inspiration, was die buddhistische Lehre betrifft. Auf Vertrieb werden auch immer Vorträge gehalten zu buddhistischen Themen. Es werden Gesprächsgruppen gemacht, wo man sich über solche Themen auch austauschen kann. Und da kommt dann auch Inspiration. Da ist bei mir auch die Münze gefallen damals, als ich nochmal sehr skeptisch war über buddhistische. Ich musste sagen, nee, mit diesem östlichen Zeug will ich nichts zu tun haben. Ja, auf dieser Retrie habe ich immer wieder Vorträge gehört und auch Gesprächsgruppen. Und da entdeckte ich, ah, da ist so viel Richtiges da drin. Ja, meine Vorurteile sind falsch. Ja, und dann habe ich auch immer mehr verstanden, worum es eigentlich geht. Also ich habe sehr viel Inspiration gewonnen. Dann ist eine Retrie auch eine Zeit, wo man mal Bilanz ziehen kann. Einfach mal sein Leben anschauen und sagen, was mache ich eigentlich in meinem Leben? Wie sieht mein Leben denn aus? Wie sieht meine Beziehung mit anderen Menschen aus? Wie sieht meine Arbeit aus? Was will ich da eigentlich? Und ist das, was ich tue, das, was ich wirklich will? Ja, gerade weil man aus dem Hamsterrad raus ist, ja, weil man aus seiner normalen Umgebung mit all seinen Erwartungshaltungen und all seinen Verpflichtungen, weil man normal raus ist, kann man frisch sein Leben anschauen. Kann man wirklich sagen, okay, was will ich eigentlich? Und das ist eine ideale Situation, um für sich selbst eine neue Perspektive zu bürden. Ja, einfach zu gucken, okay, das ist bisher gelaufen, aber das muss nicht so weitergehen, ich könnte auch was anderes machen, ja. Einfach mal die Freiheit zu spüren, wenn es nur im Gedanken ist, die Freiheit zu spüren, zu sagen, ich könnte etwas völlig anderes mit meinem Leben machen, ja. Okay, vielleicht dann, dass man dann nachher sagt, naja, praktisch gesehen habe ich noch diese Verpflichtungen und das und das, aber es hilft, um sein Leben zu öffnen, ja, die Türen zu öffnen, einfach zu sagen, es gibt Freiheit, ja, ich bin nicht absolut gebunden, ja, auch wenn ich das manchmal so spüre, wenn ich spüre, ich bin in meinem Leben absolut gefangen, aber wenn man mal hinschaut und die Imagination wirken lässt, dann kann man sehen, och, Änderungen sind möglich, ich kann Sachen anders machen, ja, ich muss nicht immer die Erwartungshaltungen von anderen Menschen entsprechen, ja, ich muss ihnen auch nicht meinen eigenen Erwartungshaltungen vielleicht entsprechen, ja, man kann sich ein Stückchen Freiheit machen, aber dafür muss man erst mal aus seiner normalen Umgebung raus und in eine Situation sein, wo es völlig akzeptiert ist, dass man so, sieht man, auföffnet und so frei seine Imagination wirken lässt, ja, wo man auch das Gefühl hat, ja, durch die Meditation wird man klarer, durch die Meditation wird man achtsamer, mehr gewahr und durch die Meditation entsteht eine Kreativität, die vielleicht sonst nicht da ist, ja, und das sind alle Faktoren, die helfen können, um, ja, einfach mal so ein paar neue Ideen zu haben, also zu sagen, okay, mal gucken, was ich da umsetzen kann. Ja, ähm, nächster Punkt, so ein Retreat zu erleben, ist auch eine sehr wichtige Erfahrung in dem Sinn, dass man Gemeinschaft erleben kann, spirituelle Gemeinschaft, was wir Sangha nennen im Buddhismus, ja, dass man Sangha erleben kann. Ja, ähm, man geht den Weg nicht alleine, ja, es gibt andere Menschen, womit man das zusammen macht und der Buddha hat das als ein sehr wichtiger Faktor gesehen, ja, der Buddha hat gesagt, es gibt drei total wichtige Faktoren für jemand, der, äh, äh, mein Schüler sein will, ja, also, also, Buddha, Dharma und Sangha, die drei Kleinen, und der Buddha das Ideal der Erleuchtung, ja, das, was der Buddha sagt, alle Menschen das erlangen können, ja, wenn sie sich wirklich richtig bemühen können, alle Lebewesen Erleuchtung erlangen, vielleicht nicht in einem Leben, aber vielleicht in mehreren, dann der Dharma, die Lehre, ja, der Weg zu dieser Erleuchtung, und dann die Gemeinschaft, der Sangha, ja, und die drei Jeweelen sind alle drei gleich wichtig, also die Gemeinschaft, das Zusammenerleben, das Zusammengehen von diesem Weg ist genauso wichtig als der Weg selbst und als der Ziel Erleuchtung, ja, und das ist ein ganz interessanter Gedanke, ja, dass diese Gemeinschaft so wichtig ist. Und wenn man aufgetreten ist, kann man das mal erleben, für ein Wochenende, für eine Woche, ja, einfach mit vielleicht 20 Leuten zusammen zu sein, zusammen zu essen, ja, zusammen zu meditieren, äh, zusammen spazieren zu gehen, zusammen zu putzen, ja, zusammen zu kochen, zusammen was auch immer zu machen. Und dann zu erleben, dass man das, ja, mit sehr viel Freundlichkeit und Gewahrsein und Positivität gemeinsam machen kann. Und was das für einen Effekt auf den Geist hat, ja, das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Und das ist, das ermöglicht, äh, eine Eierbetriebe, ja, ähm, man kann das hier so ein bisschen erleben, am, 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 an diesem Abend, ja, kann man auch so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen, was es ist, zusammen zu praktizieren, wie wir das heute Abend gemacht haben, ja, dann zusammen nochmal ein bisschen zu plaudern, eine Tasse Tee miteinander zu trinken, ja, kriegt man auch schon ein gutes Gefühl dafür. Aber man kann sich mal vorstellen, wie das ist, wenn man eine Woche, ja, nur am Wochenende oder eine Woche oder länger zusammen ist, ja. Dann sind es noch, ähm, es gibt noch ein paar andere interessante Aspekte an einem Retreat. Wir machen auf Retreats oft Schweigephase, ja, man ist zusammen im Schweigen, ja, es kann, äh, es kann ein paar Stunden sein, es gibt auch Retreats, dann, dass man tagelang im Schweigen ist. Ich war auch auf Retreat, da war man drei Wochen lang im Schweigen, ja, also das ist unterschiedlich lange, aber, dass man so sagt, wenn man, äh, wenn wir Retreats haben, wo Leute noch nicht so viel Erfahrung haben, sind die Phasen eher etwas kürzer. Aber man schweigt, und das ist kein geschlossenes Schweigen, wo man sozusagen sich zumacht und nichts mehr mit anderen Menschen zu tun haben will, es ist ein offenes Schweigen. Also man schaut einander an, man ist einander gewahrt, ja, und man ist da, aber man redet nicht, ja. Und das ist eine wunderbare Erfahrung. Einfach mal nicht reden zu müssen, ja, nicht ständig mal irgendwie sich austauschen zu müssen, einfach zur Ruhe zu kommen, den Geist zur Ruhe kommen zu lassen, mit anderen Menschen, die das auch machen, ja. Einfach dieses Schweigen zu genießen und sich voll drauf einzulassen und zu merken, wie viel Energie das gibt, ja. So viel Energie geht verloren, einfach dadurch, dass wir versuchen, so ein bisschen sozial zu sein, ja. Und in der Gesellschaft kommt man davon nicht weg, das geht einfach auch nicht anders. Die Gesellschaft sagt, ist so, man muss schon mit anderen Menschen umgehen. Aber auf dem Retreat hat man mal die Möglichkeit, sich gemeinsam zu entscheiden, das anders zu machen. Und nur still zusammen zu sein. Und dann merkt man, der Gewahrsein wird dann auch so viel schärfer, ja. Man fängt an, so viel mehr zu sehen, so viel wahrzunehmen. Man nimmt anderen Menschen auch sehr viel mehr wahr, ja. Man, sicherlich, wenn Schweigen ein bisschen länger wird, dann kann man auch wahrnehmen, in welcher Verfassung jemand anders ist, ob jemand traurig ist oder fröhlich ist oder wie auch immer. Man spürt das, man nimmt das wahr. Man muss nicht darüber reden, ja. Man kann einfach, man schaut eine andere Person an, man weiß, wer diese andere Person ist. Und man hält die Energie in sich selbst. Man bleibt innerlich still und ruhig. Das ist eine wunderschöne Praktik. Und das kann man eigentlich ausschaut auf Retreats kaum erfahren. Das ist auch etwas anderes, wenn man allein zu Hause ist und schweigt, ist nicht das Gleiche. Das ist gerade auch das Gemeinsamsein mit anderen und dann im Schweigen zu sein. Noch ein anderer Aspekt von Retreats ist, ich weiß nicht, wie weit hier auch buddhistische Rituale gemacht werden. Wir haben jedenfalls heute Abend die Schreinverbeugung erst mal gemacht am Anfang. Und wir werden nach meinem Vortrag auch noch eine kleine einfache Puja machen mit ein paar Mantras und so weiter. Und Rituale können auch eine sehr, sehr positive Wirkung auf uns haben, aber wirken viel stärker, wenn man auf Retreat ist, weil da sozusagen keine Ablenkung ist. Ja, wenn man dann ein Ritual zusammen macht, dann geht das noch ein Stück tiefer als wenn man das vielleicht mal hier so macht oder zu Hause alleine oder so etwas. Also gute Ritualen kriegen da auch eine besondere Bedeutung. Ja, das könnt ihr wahrscheinlich noch mehr drüber sagen, aber ich denke, das reicht jetzt mal so. Für mich, in meiner Wahrnehmung, erst mal persönlich, und was ich bei anderen Menschen sehe, immer wieder, ist, dass Retreats die Zeit der großen Fortschritte ist. Die großen Sprünge, ja, wo Leute mal wirklich einen großen Fortschritt nach vorne machen, ja, einen großen Schritt nach vorne machen. Unsere Praxis, ja, wenn wir eine regelmäßige Praxis haben, Meditationspraxis, kann manchmal im Laufe der Zeit so ein bisschen trocken werden, ja. So ein bisschen, ach ja, man meditiert vielleicht schon ein Jahr oder zwei Jahre, ja, vielleicht einmal in der Woche, vielleicht jeden Tag, aber es kann so ein bisschen trocken werden, ja. Ja, wenn man aufgetreten ist, kommt dann wieder Energie rein, kommt dann wieder Vitalität rein. Und das sind die Momenten, dass man aktiefe Erfahrungen machen kann, ja. Wenn wir zu Hause oder hier meditieren, unser Geist ist noch voll von alles, was wir so normalerweise machen am Tag, ja. Vielleicht ist man auch müde, wenn man am Donnerstag herkommt, dann hat man volle Taka hat, man hat sich mit ganz vielen Sachen beschäftigt, mit Menschen geredet, und dann dauert es erst mal, bevor der Geist zu Ruhe kommt, ja. Wenn man auf Retreat ist, dann hat man viel mehr Zeit, ja. Und dann ist es viel leichter, vielleicht hat man diese Müdigkeit und diese Sachen, die durch den Kopf gehen, sagt man, wenn man am Freitag an, auf Retreat kommt, ist es am Freitag an so. Am Samstagmorgen sieht es schon anders aus, ja. Und im Laufe des Wochen wird der Geist immer ruhiger, ja. Und dann geht die Meditation natürlich auch tiefer. Dann kann man auch Erfahrungen machen, die man sonst nicht so leicht macht, ja. Also für die Meditationspraxis ist es total hilfreich. Und es ist auch hilfreich im Sinne, dass es hilft, das Vertrauen in der eigenen Praxis, ob das Meditationspraxis ist oder die Praxis von Ethik oder von Einsichtsentwicklung, dass das Vertrauen in der Praxis vertieft, ja. Es wird inspirierend und man gewinnt Vertrauen. Man entwickelt ein tieferes ethisches Gewahrsein, ja. Wenn man auf Vertritt ist, dann versucht man auch in bestimmten Metafolle Weise miteinander umzugehen, ja. Und das bedeutet, dass auch das ethische Aspekt, von wie man miteinander umgeht, wird da auch angesprochen, ja. Dass man versucht, freundlicher zu sein, nicht so leicht ungeduldig zu sein, nicht so leicht sich verletzt zu fühlen oder was. Auch wenn jemand etwas sagt, was uns nicht gefällt, sich nicht so leicht zu ärgern, ja, geduldiger zu sein. Und es sind auch schon andere Aspekte, zum Beispiel, unser Retreathaus war eigentlich immer vegetarisch, ja. Also fast alle Buddhisten sind Vegetarier, weil wir als erste ethische Vorsätze haben, nicht zu töten, nicht zu verletzen. Und das bedeutet, dass viele Buddhisten sich entscheiden, kein Fleisch zu essen, weil um Fleisch zu essen, muss man Tiere töten, ja. Also wir sind als buddhistisches Haus auch vegetarisch. Und seit kurzem haben wir einen Schritt weiter gemacht. Wir sind jetzt vegan, ja. Und das bedeutet, dass wir auch keine Milchprodukte mehr haben, weil es so klar ist, dass eigentlich die ganze Tierindustrie so viel Leiden verursacht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann führen wir das Haus auch vegan. Und die Menschen, die auf Vertrieb kommen, die werden dadurch erst mal ans Denken gebracht, ja. Und vielleicht haben viele Menschen auch erst mal Skeptische von, ja, ist das dann gesund und kann man überhaupt lecker essen. Wenn man bei unseren Wochenaufgetreten ist, dann kann ich versichern, dann wird lecker gegessen, ja. Und man erfährt eigentlich dann, ja, so geht es auch, ja. Und man realisiert sich, ich muss eigentlich nicht Fleisch essen, ja. Und man sieht, dass es andere Möglichkeiten gibt. Und vielleicht ist es auch ein wachsendes Gewahrsein dafür, dass wir durch unsere Erstgewohnheiten vielleicht auch Leiden verursachen. Also, Retrie steigern uns unser ethisches Gewahrsein. Das ist auch noch so ein Nebeneffekt. Und wie gesagt, man kriegt eine Erfahrung von Sangha, ein Erlebnis von Sangha. Und das schafft auch eine größere Wertschätzung von der Bedeutung von Sangha. Und das nimmt man auch mit nach Hause. Die Leute, womit man zusammen auf Retrieg ist, das sind, damit baut man auch Freundschaften auf. Freundschaften, die weitergehen, wenn man nach Hause geht, wenn man sie wieder im Buddhistische Zentrum begegnet. Also, es gibt sehr viele gute Gründe, um auf Retrieg zu gehen. Und damit mache ich natürlich auch ein bisschen Werbung für unser eigenes Haus, ja. Hörst du also wahrscheinlich ein paar Programme für uns irgendwo? Ja, ich habe sie heute vergessen rauszulegen, weil du die ganze Zeit, normalerweise sind die an dem Tisch, wo du vorhin alle Lortizen geschrieben hast, ich lege sie natürlich nachher auf. Aber ich mache nicht nur Werbung. Ich hoffe, was du rüberkommst, ist meine eigene Begeisterung auch für Retrieg. Und diese Begeisterung möchte ich gerne mit euch teilen. Also, ja, ich hoffe, dass das auch ein bisschen rübergekommen ist. Tja, ich glaube, dabei lasse ich es dann. Tja, ich glaube, dabei lasse ich es dann.